Hallo Leute, wir betreten das erste Mal das Grundstück, was wir ersteigert haben und es ist sehr sehr viel Brennnessel da und wow! Autsch! Okay, es ist total verwuchert und wir waren auch noch nicht im Haus drinnen. Es schaut so aus, als ob da immer wieder Leute durchgehen würden, also es schaut jetzt nicht so aus, als ob da niemand da wäre. Da ist so eine kleine Scheune da hinten drin und das ist das Haus. Von innen jetzt einmal. Okay, da ist noch eine Leiter da. Da ist, glaube ich, eine Fensterscheibe eingestiegen. Oh, da ist schon jemand in das Haus eingestiegen anscheinend. Okay. Ja, wahrscheinlich werden wir da jetzt auch einsteigen. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, wir werden jetzt erst einmal jausnennen. Aber so schaut es jetzt gar nicht einmal so dramatisch aus. Sie haben uns aber gesagt, dass das Haus schon sehr 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 lange leer steht. Ich bin schon voll gespannt. So, ich versuche gerade in das Fenster reinzusteigen. Das sind leider Kleinscherben. Und ich habe ganz viele Schuhe an. Und ja, ich hoffe jetzt einfach, dass die Tür wieder aufgeht von außen. Und ob ich das will. Oh, ich tue das erste Mal in diesem Haus. Die Tür ist offen! Okay. Also, der erste Raum. Auf jeden Fall haben wir sehr viele Spinnen. Okay. Verkabelung haben Sie versucht. Ich muss mich auch an der Tür auf den Ofen zu erinnern. Ich muss mich auch an der Tür auf den Ofen erinnern. Ich muss mich auch an der Tür auf den Ofen erinnern. Ich muss mich auch an der Tür auf den Ofen erinnern. Und ich muss mich auch an der Tür auf den Ofen erinnern. Da drüben liegen jetzt die Kinder. Da drüben haben wir etwas hergelegt, dass wir da drüben alles sauber haben. Ja Leute, wir haben uns jetzt ein bissel genau umgeschaut. Und ja, wir wollen auf jeden Fall dieses Zimmer ausräumen und herrichten und keine Ahnung, was machen. Ach, schaut Sie, da ist auch eine Leitung für den Ofen. Da war sicher der alte Ofen drin. Ja, da geht ein bisschen die Wand runter und da auch, es ist aber kein Wasserschorn, es ist kein Wasserschorn. Ja, wir hoffen es. Jetzt müssen wir nochmal genau schauen, was da jetzt ist. Da hinten sieht man unser Badezimmer rein, das wollen wir auch wieder zumachen. Vermutlich wollte derjenige da eine Türe einbauen, wenn ihr das seht, da ist ein Träger drinnen. Allerdings ist dieser Träger so schlecht eingebaut, den können wir da nicht drinnen lassen, weil ihr seht das vielleicht, der hat einfach so versucht einen Träger einzubauen, seht ihr das? Das kann ja niemals halten, das geht einfach nicht. Also werden wir diese Wand einfach wieder aufbauen. Dann hat er da unten sehr viel Material noch, Baumaterial, der letzte Mieter drinnen gelassen, dann ganz viele Mappen, da wo alles drinnen ist. Auch einen Kindersitz habe ich gefunden, da hinten ist ein Tisch. Dann sind da drinnen noch Kästen, da war noch ein ganz kleiner Kasten drinnen, den habe ich jetzt schon einmal hergerichtet und umfunktioniert. Also unsere Küche, das kann ich jetzt gleich zeigen. Also das werden wir auf jeden Fall heute versuchen, da ein bisschen auszuräumen. Es ist aber das meiste, einfach nur Müll. Oh, das ist ein Spiegel! Ach, das ist cool. Dann habe ich wenigstens an einem Spiegel, den konnte ich irgendwo hinrichten. Es sind auch sehr viele solle Tüten herinnen, die was ich direkt einmal putzen werde. Und auch Ikea-Tüten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich werde mit euch hinten reingehen. Ach so, da ist diese große Ikea-Tüte doch einfach alles reingeschmissen. Also da ist noch ein Handy drinnen, ganz was Neuwertiges. Das Seil ist immer gut. Kabelbinder kann man auch immer gebrauchen. Also nichts Schlechtes, was ist das? Scheibenreiniger kann man auch immer gebrauchen. Also wir werden die Sachen auf jeden Fall einmal aussortieren. Und sowas zum Beispiel wegtun, dass die Kinder da nicht dran kommen. Ja, das sind einfach nur viele Papiere und das ist aber alles eigentlich leer, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist auch leer. Jetzt kommen wir da erst einmal dazu, weil ich habe da nämlich schon was rausgeräumt. Da können dann auch noch Tüten rein. Vielleicht finde ich die noch. Dann werden wir das auf jeden Fall benutzen. Dann werde ich das als Kommune funktionieren, dass wir da unser Mund und so rein tun können. Und eine kleine Barriere bauen. So, Leute. Und unser Keller, unser wunderschöner Keller. In dem alle Nachbarn gesagt haben, wir sollen unbedingt einmal erst in den Keller schauen gehen, bevor wir da irgendwas machen. Ich glaube, da unten rein will ich gar nicht so direkt mit euch gehen. Ich war gestern unten drinnen. Es ist sehr dreckig. Es ist sehr staubig. Ja, ihr seht das vielleicht. Es ist halt ein alter Keller. Es ist aber nicht schlimm. Es ist einfach nur ein alter Keller. Und da sind auch links und rechts zwei Räume. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Also ich weiß jetzt nicht, wo das ganze Problem ist. Ich habe euch gestern schon den Dachboden gezeigt. Also da hat es mal so wunderschöne Stufen, wo man rauf gehen kann. Und ja, da haben die Tiere leider schon ein bisschen was zerfetzt. Da haben sie anscheinend einen Kaffeeklatsch das letzte Mal gehabt, wo sie da waren, die Leute. Es sind nämlich auch Kinder. Irgendwie hat da irgendjemand am Geburtstag gefeiert. Weil ich finde überall so... Ich hoffe, ich bricht da nicht ein. So Sachen mit Geburtstagssachen drinnen. Also so Geburtstagsdinger. Und es schaut so aus, als ob da kein Geburtstag einmal gefeiert worden war. Ja. Teller. Ich sehe schon, wie die da einbrechen, ja. Ach, da haben wir ein Lüftungsloch anscheinend da oben. Nehmen wir es einmal so. Ja, da hinten ist auch irgendwie frei. Dass man mal schaut. Oha, da kommen ein Viecher rein wahrscheinlich. Da hat sich ein Viecher reingegraben. Das muss ich gleich willig sagen. Man sieht ja, dass sich da irgendein Tier ein Nest gemacht hat. Da fällt ein Balken. Aha, da werden diese Balken raus sein. Weil wir haben schon einen Balken gefunden, wo der Wurm drinnen ist. Aber, wie ihr das seht, da oben ist kein Wurm. Ich hoffe, die Kameraführung geht mit dieser alten Kamera. Die ist nämlich nicht so ideal. Da hat sich ein Tierchen ein Nest gebaut. Man sieht das immer so schön, wenn so runde Kreise irgendwo drinnen sind. Da sind einfach Nester. Ja. Das haben wir gekauft. Das ist einfach nur eine Schere für draußen für den Garten. Da hat jetzt auch ein Loch drinnen. Das müssen wir alles zumachen. Aber so hat jetzt eine Kiste hinten drinnen. Und da sind die zwei Fenster. Das Fenster ist offen. Ja. Also, gehen wir mal runter. Wir haben ja noch... Oha, jetzt bin ich da angekommen. Ich gebe jetzt auch Fieberglaswolle. Das ist unser Fenster, wo anscheinend Leute eingebrochen haben. Da ist da auch Finster drinnen. Und da hinten drinnen, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ist unser Badezimmer. Man erkennt das an der Fußbodenheizung, was da jemand einbauen wollt. Dann ist da eine Gastherme. Und... Oh, ein Stuhl. Das habe ich gar noch nicht so genau gesehen. Die Gastherme werden wir wahrscheinlich raus tun, weil wir wollen nicht mit Gas heizen. Und deshalb werden wir dann auch weg tun. In unser Haus ein Tierchen eingenistert. Ja. Ist das noch oben das Tierchen? Nein, aber es ist ein Loch drinnen. Von draußen nach innen. Was? Von draußen nach innen? Oben? Ja, oben rechts. Pass bitte auf. Es ist ziemlich schwer nicht, dass du einbrichst. Diese Böden da halten nicht so viel aus. Da rechts. Schau, komm mit. Pass gleich auf, dass du es nicht eingeflägst. Schau. Da sieht man so richtig schön, wie sich das da eingenistert hat. Oh. Das ist ganz kuschelig. Schau, da hat es sicher ein Nest gemacht. Schaut aus, als ob es... Ach du Scheiße. Ja. Ich muss das ein bisschen näher zu bezoomen. Ach du Scheiße, überhaupt auf Youtube laufen. Normalerweise schon gar. Was denn? Ah, das ist ein Hallig-Hacker. Ja, das habe ich schon mal gedacht. Ja, da müssen wir was machen. Okay. Doch, nicht dicht. Na ja, gehen wir mal wieder runter. Ja. Also, das ist das kurze Update. Und ja, ich schau richtig fertig aus. Also, es war auch keine Zeit zum Schminken, weil wir haben weder Wasseranschluss. Also, wenn wir nicht schminken, dann muss er das auch irgendwie wieder wegkriegen. Das heißt, wann das ist. Weil das sind ja überall Geburtstagstüte. Das muss so gewesen sein, dass da irgendjemand Geburtstag gefeiert hat da oben. Oder es war Kindergeburtstagsparte, weil es sind Kindersachen. Mhm. Es sind ja überall diese, diese Prinzessinnen-Dinger da. Ja. Da oben ist ja. Ja, machen wir das Benz dazu. Ja, machen wir das Benz dazu. Ja, machen wir das Benz dazu. Ich geh einmal schnell wieder runter zu den Kindern. Oh, Flutchen muss ich hier hinten eh nicht machen. Vielen Dank.